hey leute und willkommen zurück bei einem neuen projekt auf meinem kanal ja ja das finde ich jetzt nicht richtig ab dem ja schon leute ich habe vergessen zu spät und sich irgendwie... Da haben wir gleich das bisschen ruhig. Da sind wir schon die blaue Porsche gegangen. Manchmal hat's schon so'n bisschen Horrorfilm, ja, ich weiß nicht warum. Irgendwie sehen wir ein bisschen aus wie so'n Cyborg. Also Tivets können uns einem schon noch schwerer machen. Ich glaub ich hab grad verstanden, dass man's nicht so machen soll. Allerdings könnte ich mir sonst die ganzen Blöcke nicht erklären. Oh Gott, nein, nicht sterben, nicht sterben. Wie viele Tots stehen da? Eins, zwei, drei. Ich glaub hier werde ich öfter sterben. Ja, gut. Ähm, ähm, nee, kann ich mich da so retten? Nee, sonst schon mal nicht. Den Knopf drücken. Und schwer. Ähm. Ich glaub ja, ich glaub es sei nach oben. Was ist das? Ähm, ich check's nicht. Einfach so. Ja, und jetzt kann ich mich so schon mal hier rein. Ist das klar draus? Ich glaub ich schon mal hier rein. Bis zum nächsten Mal.